Servus und hallo, mein Name ist Markus Giepert, ich bin Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Regensburg und wir beschäftigen uns aktuell mit der Frage, wo kommt die Sonderpädagogik her und was ist eigentlich der Förderschwerpunkt Lernen beziehungsweise der sonderpädagogische Schwerpunkt Lernen. Betrachten wir die Historie, gibt es hier sehr viele und sehr gute Einführungswerke, die uns historisch die einzelnen Fakten schildern. Wir können auf der anderen Seite aber einzelne Dokumente uns anschauen und analysieren, also sogenannte Quellen betrachten und genau das möchte ich heute mit dem Video mit Ihnen machen und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wir schauen uns heute näher den Text Schulen für schwachbefähigte Kinder vom Heinrich Ernst Stötzner an, er war Taubsturmlehrer und schrieb diesen Text bereits 1864. Das Gute ist, dass Google in die Staatsbibliothek Bayern gegangen ist und dort viele Texte gescannt hat und immer dann, wenn das Urheberrecht nicht mehr gilt, also wenn der Autor schon 75 Jahre tot ist, dann kann man dies frei ins Netz stellen und Sie können daher ganz bequem und einfach unter diesem Link sich das Dokument holen, das wir danach besprechen werden. Um was geht es in dem Text? Herr Stötzner ist Taubsturmlehrer und möchte begründen, dass es für eine besondere Schülerschaft, die es bisher nicht gab, eine eigene Schule gibt. Und da unterscheidet er für sich in die Fragen, welche Schüler brauchen eigentlich eine Schule, sind nach seinen Worten bildungsfähig und welche sind nicht bildungsfähig. Also die Grundidee, dass alle Menschen gebildet werden, ist eigentlich eher eine neuere und spätestens mit der UN-BRK 2009 sollten wir das auch wirklich überall auf der Welt implementiert haben. In Deutschland ist sozusagen die Idee, dass alle Menschen bildungsfähig sind und auch Bildung brauchen, mit der KMK 1960 oder KMK 72 spätestens in die Schullandschaft gekommen sind. Damals war es noch nicht so und er unterscheidet in Schülerinnen und Schüler, die sogenannt blödsinnig sind, die sind nach seiner Meinung nicht lernbereit und da wäre Lernen eine Verschwendung und auf der anderen Seite gibt es die bildungsfähigen, schwachsinnigen Schüler, die sind nur Lernen langsam und benötigen eben diese besondere Schulart, die er in diesem Text begründen möchte. Bitte lesen Sie genau diese Argumente am Anfang des Textes selber erstmal durch, bevor Sie dann im Video weitergehen und ich dann mit Ihnen meine Meinung erörtere. Ich hoffe auch, ich bin kein historischer Pädagoge, dass Sie mir Ihr Kommentar unter dem Video hinterlassen und wir da weiter angeregt diskutieren, vielleicht gibt es dann noch ein Folgevideo, das ist jetzt erstmal eigentlich ein Versuch, eine Originalquelle auf diese Art zu besprechen und dahergehend ist es auch immer die Frage bei Originalquellen, wie lebten die eigentlich damals in dieser Zeit, welche Vorstellungen hatten die, können wir die Zitate wirklich so wörtlich in die heutige Zeit übertragen, müssen wir dann nicht eigentlich auch noch den Kontext betrachten, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe, um das aktuelle Schulsystem zu verstehen und auch zu wissen, woher kommen denn die Argumente, die auch in der heutigen Zeit eigentlich immer noch gegen Inklusion benutzt werden und auf welcher Vorstellung fußt eigentlich diese ganze Idee dieser eigenen Schulart. Und da ist eben der Text von Stötzner eines der Haupttexte, die eben in vielen Einführungswerken zitiert werden und er war auch einer für die damaligen Verhältnisse mit großem pädagogischen Weitblick, das muss man durchaus auch positiv festhalten. Von daher wäre genau dies die Frage, welche Botschaft möchte uns Herr Stötzner eigentlich mit dem Text mitgeben? Was waren seine Intentionen? Wie stellt er die eigentlich dar? Und daher möchte ich Sie bitten, diesen Text erstmal kurz zu lesen, dann vielleicht mit einem Partner zu besprechen, wenn Sie einen haben und ansonsten dann das Video weiterzuschauen und meinen Ausführungen, die nicht unbedingt richtig sein müssen, zu lauschen, um dann in einer Präsenzveranstaltung oder in den Kommentaren Ihrer Meinung hinzuschreiben und mit mir zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann dürften Sie jetzt nicht mehr die Powerpoint sehen, sondern das Originaldokument. Ich bin hier auf der Seite 10, zumindest bei meinem PDF, das ich von Google heruntergezogen habe. Vorher war der Artikel beschrieben oder die Zeitschrift an sich beschrieben und die Werbung dazu zur damaligen Zeit. Der Artikel ist eben in einer Zeitschrift abgedruckt wurden. Die wurden in Buchhandlungen bestellt und damals war man schon so weit und hat eigene Artikel geschrieben. Es ist allerdings, wie Sie sehen, nicht in der modernen Schrift und daher durchaus etwas anstrengender zu lesen. Der erste Entwurf für eine Begründung dieser Schule. Sie sehen, Herr Heinrich Ernst Stützner sagt selber, er ist Taubstummenlehrer aus Leipzig und das Ganze ist erschienen 1864. Das bedeutet also, das war noch die Zeit, bevor Deutschland vereinigt wurde. Wir haben hier keine Autos. Das bedeutet, viele Dinge sind damals mit dem Pferd organisiert gewesen. Wir haben kleine Schulen, wir haben auch kleine Städte, wir haben noch viele Leute, die auf dem Land leben und auch das gesamte Schulsystem wurde da eigentlich auch erst gerade noch so richtig aufgebaut. Und viele Ideen, die er da in diesem Text äußert, sind eigentlich auch erst 100 Jahre später umgesetzt worden. Und daher ist es gerade interessant, in die damalige Zeit schon einzutauchen. Für alle Schulbehörden, das gibt er sozusagen als Empfehlung mit, weil es diese Schulform, die er da ja fordert, eigentlich gar nicht gibt. Und wir fangen nun an mit dem ersten Abschnitt. Wir sehen hier auch im übrigen im gesamten Text, dass hier kein Wort über Sozialdarwinismus ist. Der Sozialdarwinismus kam erst später und diese ganzen Ideen von Rasse und dass Menschen mit Behinderung vielleicht nicht lebenswert sind in irgendeiner Form oder Weise. Wir haben hier eigentlich ein durchgehendes christliches Menschenbild, was zur damaligen Zeit auch vorherrschend war und vielleicht dann später eben durch den Sozialdarwinismus etwas verdrängt wurde, zumindest in Deutschland. Dann sind wir hier. Die Erziehung ist ein weites segensreiche Tätigkeit. Sie hat taubstumme Blindenanstalten gegründet, hat Armen, Schulen und Waisenhäuser gebaut, sich in Rettungshäuser geistig verwahrloster Kinder angenommen und selbst für blödsinnige Erziehungs- und Pflegeanstalten ins Leben gerufen. Mit diesem Absatz will er also sagen, um unserem christlichen Menschenbild Genüge zu tun, sollten wir eben auch Schulen für die Gründen, die nicht besonders mitgenommen werden. Und wir haben schon sehr viele Gruppen, die sozusagen so Bildung und Pflege ermöglicht worden sind. Und diese Schulen, also Blindenanstalten und Taubstummanstalten, haben ja sehr viele Erfolge geleistet, also er betont diese. Und er meint aber, im Vergleich zu diesen Schülern gibt es ja eine besonders wichtige, die nicht normal gebildet sind und auch nicht blödsinnig, das sind die Schwachsinnigen. Er sieht also somit vom Argument her, dass wir eben da eine Gesamtpopulation haben und die Normalgebildeten können durchaus in der Volksschule verbleiben. Wir haben aber auch Kinder, die eben in Anstalten pflegerisch behandelt werden dürfen, also deren Bildung sozusagen nicht im Fokus steht. Aber es gibt ja Leute, die man noch kompensieren kann durch besondere Fördermechanismen und eine eigene Schule. Und diese eigene Gruppe bezeichnet hier als die Schwachsinnigen. Warum er das so tut, wird er dann gleich im nächsten Absatz erläutern. Er selber war jahrelang Lehrer in einer blödsinnigen Anstalt und die Kollegen klagten, dass er daheim in seiner Schule auch deren ein oder anderen Schülern sitzen hatte, mit denen er wenig anfangen konnte. Und das waren eben die sogenannten Kinder, die schwachsinnig waren. Also schwach im Sinne, so muss man das eigentlich heutzutage lesen. Es geht also darum, dass diese Kinder nicht blödsinnig waren und es daher nicht passend ist, mit ihren Altersgenossen dieselbe Schule zu besuchen. Sie sind schon körperlich den regulären Schülern nachstehend, sie sind weniger wohlgebildet, sind schwächlicher, kränklicher als jene, ihr Auge ist matter, ihr Gang schlaffer. Auf den Spielplätzen fühlen sie sich unbewahrlich, da sie hierzu oft dem Mutwillen der anderen Kinder ausgesetzt sind. Sie sehen dem Spiele lieber zu, als dass sie selbst daran teilnehmen. Oder starren gedankenlos vor sich hin, die anderen sind ihnen an Munterkeit, Beweglichkeit und Geschicklichkeit weit überlegen. Also er beschreibt sozusagen hier, dass es auch einen körperlichen Unterschied macht oder biologische Aussagen hat, beschreibt aber eben auf der anderen Ebene auch, dass eben die anderen leistungsfähiger sind. Und wenn jemand anders leistungsfähiger ist, dann habe ich hier selber vielleicht ein niedrigeres Selbstkonzept. Er verwendet also nicht nur Argumente auf biologischer Ebene, sondern eben auch interaktionistische Elemente, wie eben hier, dass sie im Spiel dann lieber zusetzen, weil sie nicht mitkommen und dass sie eben keine wirkliche Teilhabe haben. Und das erläutert er auch im nächsten Absatz. Während die Mitschüler längst lesen und schreiben können, stehen sie noch bei den ersten Anfängen. Und dann kommt die Begründung, ihr Gedächtnis vermag nicht, sobald die Formen der Buchstaben festzuhalten und ihre ungeschickten Fingerchen wollen nicht mit Stift und Feder umgehen. Wir müssen uns auch noch damals überlegen, dass es eben ein Lehrer und er beobachtet und sitzt im Klassenzimmer und jetzt sieht er da eben diese Schülerinnen, die nicht mitkommen. Er macht also keinen Versuch oder untersucht das Gedächtnis in irgendeiner Form, sondern er zählt jetzt eben einfach auf, wo er überall Defizite erkennt, die er praktisch dann mit einem anderen Frontalunterricht lösen möchte. Der Lehrer dagegen müht sich rechtschaffend mit ihnen ab. Er versucht auf jegliche Weise, die harte Schale, die den Geist dieses Kindes umgibt, zu durchbrechen. Er fordert also eigentlich von den Volksschullehrern eine eigene Schule, sagt dann, diese Schülerinnen und Schüler, die sind sehr anstrengend. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch, ja, die Volksschüler haben sich ja sehr gut bemüht, aber sie haben ja gar keine Chance, ihre Schale zu durchbrechen wegen ihren aktuellen Methoden, denn es geht viel zu langsam vorwärts und dann doch um eines zweier Willen nicht die ganze Klasse aufhalten. Also hier haben wir dann schon das erste Hauptargument, was ja immer kommt bei Inklusion. Die Klasse hat einen Frontalunterricht, der Stoff geht weiter, der Stoff wird praktisch vermittelt, es gibt sozusagen immer den Durchschnitt der Klasse, wo der Stoff ankommt. Der gute Schüler versteht natürlich sofort und übt alles und dann ist natürlich da dieser störende Nicht-Lerner, der dann die Klasse aufhält. Und wenn man natürlich die Klasse beim weiteren Stoffvermitteln aufhält, so die Sinne des Frontalunterrichts, dann lernen ja die anderen in der Zeit nichts. Also wir wissen ja in heutiger Form, dass das so nicht stimmt und dass man auch so nicht lernt und dass auch alle anderen nicht permanent im Frontalunterricht lernen können. Aber das ist sozusagen ein Argument, was Sie schon hier 1864 sehen und was eigentlich hauptsächlich auch es geschafft hat, warum zuerst Hilfsschule, dann Sonderschule und dann später Förderschule auch eingeführt wurde. Es war eigentlich immer auch ein Argument, um die anderen Kinder vor diesen aufhaltenden Lernern zu schützen. Da wird er wohl ungeduldig und meint, mit Strafen schneller weiterzukommen. Aber nun verliert das arme Kind mit der Liebe zum Lehrer auch alles Vertrauen zu sich selbst. Wir wissen in der damaligen Zeit, eigentlich auch in Deutschland relativ lange noch, bis in die 60er Jahre hinein, durfte der Lehrer verschiedene körperliche Strafen und Züchtigungen vornehmen. Und diese Kinder, beschreibt er eben, haben diese Züchtigung überproportional vorgekommen, weil der Lehrer eben frustriert war. Und der Nachteil dieser Methoden ist eben, dass dann diese Lehrer-Schüler-Bindung auch gestört ist und das beschreibt er hier sehr schön interaktionistisch. Wir gehen also nicht nur hier in dieser Beschreibung von einer reinen biologischen Ursache aus. Er wird dann immer matter, eben als Folge von der Lernstörung oder auch dem Teufelskreis Lernstörungen oder auch des Motivationsverlust. Vielleicht wird er gar noch stöckisch oder trotzig und nun lässt der Lehrer das Kind fallen. Also der Lehrer gibt das Kind auf, weil er muss sich ja auch um die anderen Kinder bemühen. Mit Mühe und Not lernt, dass er am Ende noch etwas lesen und schreiben. Endlich auch die Hauptstücke auswendig und wird nun konfirmiert, um später den Angehörigen oder der Gemeinde zur Last zu fallen. Also wir sehen hier noch von christliches Bild aus, also wenn man dann konfirmiert ist, dann ist man eigentlich auch schon erwachsen und dann ist es aber nicht so, dass diese Schülerinnen und Schüler für die Gemeinde gebraucht werden, sondern es ist eben eine Hauptargumentation, die später im Nationalsozialismus auch immer wieder kommt. Die Frage, inwieweit dient die Arbeitskraft dieser Person eigentlich dem Volk? Und hier ist ja auch, wir nennen das ja heute Qualifikation, die Idee, dass wir alle Schüler möglichst gut qualifizieren, damit sie eben im Arbeitsmarkt selbstständig und aktiv sind, so würden wir das heute bezeichnen. Da schreibt er praktisch der Gemeinde zur Last fallen. Kann man jetzt aber fragen, ist das ein zeitlicher Kontext in der Formulierung oder wie meint er das eigentlich ganz genau? Wohl fühlt der Lehrer, dass das Kind viel, viel weiter gebracht werden könnte, wenn er mehr Zeit für dasselbe übrig hätte. Aber dieses ist eben zu beschränkt und erlaubt ihm nicht, sich täglich stundenlang mit dem armen Kind beschäftigen zu können. Oder wer will es dem Lehrer zumuten, dass er sich nach beendeten Schulstunden, in denen er reichlich des Tages Last und Hitze getragen, noch stundenlang mit dem stumpfsinnigen seiner Klasse abmühen soll. Kann man es ihm zum Vorwurf machen, wenn er keine Meinung dazu fühlt? Und ich finde es eigentlich schon ziemlich interessant, wie Herr Stötzeners eine Lesereinschaft einen mitzunehmen, um das Mitgefühl erstmal hier oben für den Lehrer mit einzubeziehen. Also wir merken ja hier, der Lehrer, der sich sehr müht und sich täglich stundenlang mit dem armen Kind beschäftigt, dass der sich da wirklich sehr anstrengt. Und das ist ihm eigentlich aber nicht zuzumuten, da er sehr, sehr viele Kinder damals in der Klasse hat. Und um ihn von dieser Last oder auch von dieser frustrierenden Tätigkeit zu befreien, die er überhaupt keinen Nutzen hat, weil er ja gar nicht über die richtige Methodik verfügt, daher sollten wir vielleicht überlegen, die Hilfsschulen zu gründen. Er nimmt also von daher sehr gut diejenigen, die ja aktuell, und das ist ja in der Inklusion jetzt aktuell auch so, die Volksschulen, die ja eigentlich alle Schülerinnen und Schüler bekommen sollten und auch diese beschulen oder eben ausbilden dürfen. Da sagt er eben jetzt hier, hier schau mal, wir hätten doch noch eine andere Alternative und ich beziehe dich mit ein. Doch sind solche scheinbar stumpfsinnigen Schüler immer nur die Ausnahme. Die Regel ist, dass der Lehrer in jedem Jahrgang viel gegenübersteht, die wirklich drei Bretter vor dem Kopf haben. Ich finde erstens schön, dass es die Formulierung Bretter vor dem Kopf haben schon damals gab, weil die benutzen wir heute durchaus auch hin und wieder, um eine Situation zu beschreiben. Und es zeigt ihnen aber auch, wie willkürlich einerseits heute sonderpädagogische Diagnostik manchmal ist und auch schon damals war, wenn wir keine Leistungstests oder anderen Kriterien haben. Und selbst wenn wir sie haben, dann ist es immer noch die Frage, ja wie viele Schüler sollen denn jetzt in eine Spezialklasse, in ein Spezialunterricht, in ein speziales Förderprogramm oder was braucht denn eigentlich wer? Und wir sehen auch hier, dass eigentlich er auch damals sagt, dass zwar der eine Schüler die Ausnahme ist, aber es in jeder Klasse immer jemanden gibt, der in irgendeiner Form gerade eine Lernschwierigkeit hat, wo also in irgendeiner Form das Lernen stockt. Die Frage ist jetzt eben immer, liegt es eben am Schüler, an den Methoden oder eben auch an der Situation und im Kontext. Das wissen wir eigentlich auch so meistens erst im Nachhinein oder gar nie. Hier in diesem Absatz bezieht Stützner sich nochmal darauf ein, dass er zwar diese Schule gründen möchte, diese Schule aber nicht für alle Kinder die beste Form wäre, da er der Meinung ist, dass die Erfahrung zur Genüge bewiesen hat. Wir haben also Erfahrung von Lehrern und Empirie brauchen wir eigentlich noch nicht so genau, dass es auch geistig schwache Kinder nicht Blödsinnige, denn diese sind allerdings geistig tot zu nennen, auf eine höhere Stufen emporgehoben und zu verständigen, brauchbaren Menschen herangebildet worden sind. Wohl aber hat der Verfasser obiger Zeilen recht, dass man diese Aufgabe der Volksschule nicht zumuten darf und dass es unbillig wäre, dies zu tun. Also, ich wollte es eigentlich nur deswegen betonen, weil er nochmal eben darauf sagt, Blödsinnig bedeutet eben für ihn geistig tot. Das bedeutet eben, dass jegliche Art von Bildungsinhalten dort nicht ankommt. Dieses Bild hat sich eigentlich auch wirklich sehr viel später erst geändert im großen Mainstream. Hier nochmal diese Unterscheidung. Das schwachsinnige Kind ist eben noch nicht blödsinnig. Er steht geistig auf einer höheren Stufe. Wohl ist sein Auffassungsvermögen geringer, seine Sprache schwerfällig, sein Wollen und Empfinden schwach, aber es kann doch denken, wollen und empfinden, wenn alles auch viel langsamer vor sich geht als bei normal gebildeten Kindern. Bei dem eigentlichen Blödsinnigen dagegen ist die Seele glänzlich gebunden. Also als Grundargument darum, dass der Blödsinnige nicht lernt, liegt es eben hier auch an der Seele von der christlichen Vorstellung. Und auf der anderen Seite haben wir schon damals eben diese Hilfsschuldidaktik, die dann später kommt, dass es erst die Überlegung war, sind es eigene Methoden, aber im Endeffekt wurden eigentlich alle Dinge nur langsamer und mit mehr Zeit sozusagen vor sich gebracht. Das beschreibt Stötzner im Text weiter unten auch noch, was er unter Didaktik versteht. Da gehen wir dann auch gleich noch hin. Mit sehendem Augen sieht er nicht, mit hörenden Ohren hört er nicht und deshalb gehen ihm auch alle Vorstellungen und Begriffe ab. Seine Sprache besteht aus gedankenlosen Schwatzen oder er stößt nur unartikuliert Laute aus. Also hier bezieht er sich nochmal auf den blödsinnigen Schüler. Er scheut keine Gefahr und die ganze körperliche wie geistige Erscheinung zeigt, dass er bei diesen Unglücklichen von Unterricht und Erziehung kaum geredet werden kann und nur ein Abrichten zu bestimmten Tätigkeiten möglich ist. Also sozusagen der Transfer oder überhaupt der freie Wille, den spricht er ihnen damit eigentlich ab, sondern er sieht sozusagen da nur Möglichkeiten zu einzelnen basalen Forderungen auf. Und ich fürchte, dass sozusagen das auch einen gewissen Zeitgeist der damaligen Zeit darlegt. Also hier argumentiert er auch nochmal, dass man unbedingt diese Anstalten, die es ja für die Blödsinnigen schon gibt, als Bildungseinrichtungen für die Schwachsinnigen auch haben muss, da man ja sonst wichtiges Potenzial verschwendet. Und hier diesen Satz habe ich glaube ich nochmal unterstrichen, um nochmal zu zeigen, dass es hier eben die christliche Liebe ist, die den dauernden Triumph feiern kann. Also der Grundansatz ist eben auch die christliche Ethik und Nächstenliebe, um eben alle mitzunehmen und mitzufördern, aber eben nicht für Aktivität und Selbstbestimmung, sondern eben aus diesem christlichen Bild, dass es eben für alle angebracht ist, auch anderen zu helfen. Dann beschreibt er hier nochmal verschiedene Schulformen. Da gibt es auch andere Bücher, die sehr gut sind. Ich habe praktisch diesen Satz eigentlich nur unterstrichen für Sie, um nochmal zu zeigen, bei einer größeren Stadt sind eben 35 Zöglinge, größtenteil männlichen Geschlechts in solchen Anstalten. Also wir reden hier gar nicht von so riesigen Zahlen. Er redet aber schon darüber, dass die Anzahl der Schülerinnen, die man eben diagnostizieren könnte mit diesem neuen Formen des Schwachsinns und in diese eigenen Schulen hat, viel größer ist als die der Blödsinnigen. So groß, dass jeder nur einigermaßen größeren Stadt eine Lehrkraft damit beschäftigen könnte. Also im Endeffekt sagt er damit, und damit merken wir auch schon, wir sind eigentlich in ganz anderen Zahlen, wie wir heutzutage unterwegs sind, dass in jeder größeren Stadt eine oder zwei Klassen da sind. Wenn wir uns aber München oder andere Großstädte anschauen oder auch kleinere Städte, dann wissen wir, dass da eigentlich eben immer ganze Schulen organisiert wurden in den 60er, 70er Jahren. Und ich denke, dass seine Vorstellung damals war, dass es so um die ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung waren. Und Sie wissen ja, dass das in den 70er Jahren angestiegen und in den 90er Jahren, also 1990 auf fünf Prozent und jetzt sind wir bei sieben Prozent angegeben. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob er jetzt das Bild, das er als schwachsinnigen Schüler hat, nicht in der heutigen Zeit auch in der Form geistiger Entwicklung zu sehen ist oder auch eher so als Grenzfall, und wir ja auch noch diese weiche Form der Diagnostik haben, wo wir auch viele andere Schüler erkennen haben. Also das ist sozusagen was, das sollten wir uns bewusst machen, dass die Frage, welche Schülergruppe jetzt wir in welche dieser Kategorien ordnen oder auch im inklusiven System, welche Unterstützungsformen welche Schüler braucht, dass das durchaus variiert, weil damals sehr viel weniger Schülerinnen und Schüler Hilfe bekommen haben oder auch überhaupt die gesamten Bildungsausgaben sehr viel niedriger waren, eben als in der heutigen Zeit. Hier nochmal der Appell, dass bitte jede Schule oder überhaupt alle diese Schulformen gründen, was dann ja auch Jahre später dann stattgefunden hat, aber eigentlich erst so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, dann nur noch kurz mit dem Namen Hilfsschule und später ab der KMK 72 dann mit dem Namen Lernbehindertenschule oder Sonderschule und Lernbehindertenschule. Und die Frage fand ich deswegen auch nochmal erwähnenswert, weil ihm schon klar ist, dass die Leute nicht freiwillig unbedingt in diese Schulform gehen werden. Ganz recht, aber was wollen die Eltern machen, wenn die Schule erklärt, dies Kind ist auf keinen Fall für den Volksunterricht befähigt. Entweder sie übergeben es der Privatanstalt oder wenn sie das nicht wollen oder können und ihnen doch die Zukunft ihres Schmerzenkindes am Herzen liegt, so übergehen sie es doch der Nachhilfeschule mit den offenen Armen und aufopfernden Liebe sich der Schwachsinnigen annimmt. Also sozusagen, er sagt hier, man muss den Widerstand der Eltern brechen, um ihnen dann zu erklären, dass diese besondere Engagement und Art der neuen Schulformen eben hier besser für ihr Kind ist, also der optimale Förderung. Ich würde diese Anstalten also Nachhilfeschulen nennen und zwar um der Eltern- und Schülerwillen, denn ob schon dieser Ausbruch nicht vollkommen bezeichnend ist, so klingt er doch weniger hart und abstoßend und weniger niederdrückend als der Name Schule für Schwachsinnige. Also ihm ist schon klar, dass dieser Titel schwachsinnigen Pädagogik oder Schule eben abwertend verstanden werden könnte, weil er ja eben den schwachen Sinn bezeichnet und daher fände er den Namen Nachhilfeschule viel passender. Mit Nachhilfe drückt man ja im Endeffekt auch ein, du brauchst einfach etwas zusätzlich Förderung und ich würde jetzt behaupten, dass es auch mehr interaktionistisch klingt vom Paradigmen oder mehr einen sozialen Begriff vielleicht auch schon beinhalten könnte, in Anführungsstrichen, also zumindest der Titel schwachsinnigen Schule, der ja vom schwachen Sinn oder vom schwachen Geist oder der schwachen Seele kommt, der ja eher biologisch entweder verordnet ist oder eben über die Seele und das Problem mit dieser Seele ist, dass man sie eben nicht verändern kann, also während ich eine soziale Interaktion verändern könnte oder zumindest die Chance habe, das zu tun, ist schon damals eben und in den späteren Jahren noch viel, viel, viel mehr die Grundstellung gewachsen, dass man eben diese Schüler zwar langsam lernen, man aber sozusagen ihr Lernen oder ähnliches eben nicht verbessern kann und daher, wenn die in einer normalen Schule wären, eben die anderen sofort vom Inhalt und Stoff und Niveau weit weg wären und sie daher eine eigene Schule brauchen. Also ein Kernargument ist immer, dass sozusagen die Gegebenheiten da sind und diese Gegebenheiten beim Kind sind nicht oder kaum oder fast gar nicht veränderbar und das ist eigentlich die Grundthese vom schwachen Sinn. Da haben wir noch mal dieses Argument, Kinder zurückbleiben und demgemäß einen besonders für sie eingerichteten Unterricht empfangen müssen. Ich habe übrigens die Farben völlig willkürlich geändert, einfach nur, damit man sozusagen noch mal die einzelnen Argumente sieht und hervorhebt. Hier ist es noch mal mit den Zahlen, was ich vorher schon etwas erleuchtet habe, zwölf, höchstens 15 Kinder würde ein Lehrer zur gleicher Zeit kaum unterrichten und beschäftigen können, da hier mehr wie in der Volksschule der Einzelne berücksichtigt werden muss. Wir haben also hier das Argument der Individualisierung hervorgehoben und das Interessante ist, wenn Sie sich jetzt mein Video zur Förderschule und zu den aktuellen Zahlen anschauen, dann sehen Sie, mit 12 und 15 Kindern liegt Herr Stürzner 1864 schon gar nicht so schlecht. Aktuell ist es etwas niedriger mit 10 bis 12 Kindern, aber ich persönlich habe ja mein Referendariat in der Sonderschule in einem Brennpunkt allerdings auch mit 15 Kindern gehabt, also je nachdem eben in welcher Stadt man ist, kann das natürlich variieren, aber dieses Argument der geringen Schüler hat er damals schon aufgebracht und ich würde sagen, das ist jetzt immer noch der Kern, der aktuell die Förderschule beschreiben. Und hier sagt er auch, dass die Schwächeren täglich eineinhalb bis zwei Stunden für die Schüler, der höheren Abteilung zweieinhalb bis drei Stunden haben, da sie ja einfach nicht so lange aufpassen können. Dann sagt er noch, eben wie die Schule zu sein hat, weil die Schulen damals vielleicht nicht unbedingt so waren, wie man sich das heute vorstellt. Und er führt hier eben auf, dass es beschattete Plätze gibt, einfache Tourengeräte, einen anderen Teil des Gartens zum Anbauen von bekannten Kulturpflanzen, später dürfen sogar von den Kindern selbst bearbeitet werden, also fast schon eben selbstbestimmt, er bearbeitet eher selbsttätig. Weiter muss der Schüler für Touren und Spielübungen zur Winterzeit oder während schlechten Wetters ein geräumiges helles Zimmer zur Verfügung stehen, welches zugleich auch als Arbeitsstätte für etwaige Papp- und Holzarbeiten benutzt werden kann. In der Schulstube müssen die Kinder sehr verschiedene Größen sind, anstatt von Bühlen gebraucht werden, aber mit hohen Lehnen, damit Rückgrat und Kopf dieser schwächlichen Kinder einen angemessenen Ruhepunkt hat. Also hier geht er auch davon aus, dass es ja sehr schwache Schüler sind, daher sollten bitte auch die Arbeitsgeräte so sein. Und diesen Punkt hier habe ich eigentlich erörtert, weil man da sehr gut sieht, wie sie eigentlich damals gelebt haben, nämlich wünschenswert würde ferner sein, dass sich die Wohnung des Lehrers in unmittelbarer Nähe der Schulräume befindet, damit bei plötzlichen Erkrankungen, ich denke hier besonders an epileptische Anfälle, mit denen solche Kinder oft behaftet sind, dass der Betroffene sofort weiblicher Pflege übergeben werden kann. Also erstens finde ich es interessant, dass wir hier von einem eher männlichen Lehrer reden, der dann eben neben der Schule wohnt und wenn er dann das zufällig sieht, kann er sofort erste Hilfe leisten und eben das der weiblichen Pflege übergeben. Vermutlich meint man damit seine Frau oder ein Dienstpersonal, das dann in der Fall weiblich ist. Und wir sehen eben auch, das waren damals eben sehr kleine Schulen, die er sich vorgestellt hat und man hatte ja kein Auto, also wenn man dann halt zwei Kilometer weit weg war von einem Ort, dann kann man eben keine erste Hilfe mehr leisten oder auch der Rettungsdienst ist nicht schnell da. Von daher wäre es schon wünschenswert nach seiner Vorstellung, dass der Lehrer direkt im Gebäude oder daneben wohnen kann. Wenn man das den heutigen Lehrern so sagt, dann bin ich mir nicht sicher, ob sie eben als Studierenden da begeistert sind. Die meisten Lehrer, die ich kenne, wohnen eben genau nicht in dem Dorf, in dem sie unterrichten, sondern ziehen lieber ins Nachbardorf, um auch am Nachmittag unbehelligt noch einkaufen zu gehen. Ich bin jetzt bei Seite 30, Abschnitt 3. Für den Unterricht selbst gelten von Anfang bis zu Ende vor allem drei Hauptregeln, so anschaulich wie, ich möchte sagen, so handgreiflich wie möglich. Also hier haben wir schon diese Idee, die ja auch immer noch gilt und auch immer noch zum Teil gut ist, dass man eben am konkreten Gegenstand arbeitet, um auch eine gute Anschaulichkeit zu haben für den Zugang der Schülerinnen und Schüler und nicht zu schnell in die Abstraktion zu geben. Man geht nicht nur Schritt für Schritt, sondern Schrittchen für Schrittchen vorwärts. Das kann eben noch ein mechanisches Bild von Lernen sein, aber theoretisch, wenn Sie sich die Lesekompetenz anschauen, dann hat Stötzner auch hier recht, dass man eben viele Teilschritte hat, um den Lernerfolg sicherzustellen. Also man kann das sowohl jetzt negativ andeuten, wie aber auch positiv. Also für die damalige Zeit, wo man sich bedenkt, alle anderen waren in riesigen Klassensälen und sie gingen sehr weite Schritte, würde ich das jetzt eben als sehr positiv sehen. Und nicht zuletzt, man langweile die Kinder nie, sondern wechsel fleißig mit den Unterrichtsgegenständen ab, am Anfang alle Viertelstunde. Also gerade das ist ja eben die Idee, wenn ich eben jemanden habe, der Konzentrationsschwierigkeiten hat, der sich nicht lange auf einen Gegenstand konzentrieren kann, dann ist es auch später in der Didaktik, aber 100 Jahre später, eben auch entwickelt worden als Konzept, den Unterrichtsgegenstand möglichst häufig zu drehen. Wobei man sagen muss, man kann ja auch alle anderen Sachen anregen, und heute würden wir eben unter den Prinzipien sagen, dass das eben auch eine Methodenvielfalt ist. Und langweilen ist ja eh immer schlecht, und das hat er eigentlich auch damals schon als seine drei Leitprinzipien gehabt. Allerdings, wie er das dann ganze macht, wirkt dann doch eher mechanisch. Man soll dann nämlich erstmal Sinnesübungen beginnen, weil das ist ja schwach im Sinn. Das ist übrigens auch eine Vorstellung, die man dann in den 70er Jahren in der Sonderpädagogik hat. Ich wurde auch am Anfang meines Studiums immer mit Wahrnehmungstests und Wahrnehmungsübungen konfrontiert, und heute sagt man schon, bleib eher beim aktuellen Gegenstand. Wenn das Kind ein Mathe-Problem hat, dann löse doch einfach mit ihm die Mathe-Schwierigkeit und fang dann nicht mit Wahrnehmungen und Ähnlichem an. Also das Problem an Sonderpädagogik ist manchmal, dass man jetzt schon sehr weit vorgreift oder auch Sachen macht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die effektivsten Methoden sind. Allerdings, wenn man natürlich die Argumentation hat, dass das Kind einen schwachen Sinn hat, dann muss man natürlich auch Sinnesübungen machen. Also man muss dann Tabula rasa betrachten, und deshalb darf dieser nichts voraussetzen. Er muss die einfachsten Vorstellungen zu wecken versuchen und damit seinen Unterricht beginnen. Also damit argumentiert er eigentlich, dass alles, was vor der Schule passiert ist und alles, was das Kind eigentlich damals schon gelernt hat, nicht sicher da ist. Und deswegen fängt er dann eben an zu sagen, in den ersten Einheiten mit Zeigen und Benennen, dass der Lehrer eben rumgeht und was benennt, und der Schüler soll das auch zeigen. Also ich würde sagen, wenn man da normal Kinder hat, dann ist das eigentlich eine Phase, die in der Krippe oder eben in den ersten Lebensjahren erfolgt, wo das Kind einen aktiven Wortschatz aufbaut. Und natürlich ist es wichtig festzustellen, hat denn das Kind einen Wortschatz? Aber es wäre jetzt für mich genau die Frage, ist man denn da in der Schule nicht zu spät? Und wenn dann, was würde denn in der heutigen Zeit eigentlich schon davor passieren? Ich möchte jetzt mit Ihnen nicht alle Übungen durchgehen. Sie können sich die weiter anschauen. Es war vor allem eben ein wichtiges Dokument vom Stötzner, weil er eben die Idee der schwachsinnigen Schule und der eigenen Schulform damit begründet hat. Man hat auch in dem Text bemerkt, es waren also die Taubstummenlehrer und die für Blinden, die hatten die allerersten eigenen Anstalten und die anderen haben dann gesagt, wir brauchen davon noch mehr. Es ist ein gutes Konzept und dieses gute Konzept wurde dann auch immer weiter implementiert und wir haben auch diese Kerngedanken dieser einzelnen Schulen und auch dieser unterschiedlichen Förderschwerpunkte schon hier zur damaligen Zeit, wo sie sich gegründet haben und ausformuliert haben. Und das ist was, das beschäftigt uns sozusagen noch mit heute. In vielen Dingen haben sie auch von der Grundvorstellung recht gehabt. Man muss allerdings immer noch im aktuellen Kontext fragen, brauchen wir denn diese Förderschwerpunkte und diese und jede Regelung jetzt alle auch noch für die Inklusion, oder könnten wir das nicht vielleicht doch anders organisieren. Damit beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, Ihnen hat dieses neue und andere Format gefallen und wenn nicht, können Sie einfach vorspulen und sich das Skript oder die anderen Texte anschauen. Tschüss!